Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit dieses Blood Bowl Spiels zwischen Commander SI und Moschen. Es findet in der Blood Bowl Liga Liga 2A statt. Wer die erste Halbzeit noch nicht gesehen hat, ihr findet sie in der Playlist. Ein Video vor diesem Video hier. Unglaublich. So, wir schauen mal einmal auf die Offensivaufstellung. Es ist jetzt so, dass Commander SI versucht, oder nicht versucht, sondern angreifen wird. Und wir schauen uns das Ganze auch aus der Perspektive an. Zwei, drei Worte zur Defensivtaktik. So, in Turn 8 fand ich diese Defensive ganz gut. Mittlerweile finde ich sie eher nicht so gelungen. Einfach daher, weil diese drei hier irgendwie von den Hintermännern nicht beschützt werden. Das heißt, ich würde hier eher versuchen, die Chaos-Zwerge sind eigentlich grundsätzlich ein eher langsamer, Team. Das heißt, ihnen hier schon eins, zwei, drei, ja sagen wir mal vier Felder her zu schenken, drei auf jeden Fall, ist doch eher ein bisschen gewagt. Deswegen, wenn man ihnen schon so viel Bewegung gibt, dass sie sich hier im einen der eigenen Hälfte schon formieren können, dann ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass man sie bis zum Ende des Spiels aufgehalten kriegt, noch einen Touchdown zu machen. Der Ball liegt auch relativ weit vorne. Gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier so läuft. Wir machen auch wieder den wunderbaren Coach hier an, damit man nichts mehr sieht. Auch hier wieder genau das Gleiche, was ich auch schon zum Moschen gesagt habe. Wenn hier schon drei Leute an der Linie sind, dann will man die Blocks maximieren. Und zwar genau dafür, dass, ja, wenn ich hier jetzt einen Chaos-Zwergenblocker habe und nach hier hin blocke, dann habe ich die wunderbare Gelegenheit, hier noch einen zweiten Block hinzubekommen. Und das möchte ich eigentlich tun. Also, das heißt, hier auch hier vorne, warum stehen die Jungs hier in der ersten Reihe? Fangen wir mal bei dem ersten an. Also, die hier stehen ohne Not vorne in der ersten Reihe. Es ist ja nicht geplant, hier einen schnellen Angriff zu führen, sondern, ja, je nachdem. Also, wenn Commander jetzt sagt, er will gewinnen, er traut sich zu, dem Nörgle nochmal das abzuknüpfen. Aber ich würde jetzt, wir sind hier in der Liga, es geht um jeden Punkt gewinnen. Ich glaube, ich würde in der Situation eher auf das sicherere 1 zu 1 spielen, als auf einen schnellen Touchdown. Deswegen, ja, das wäre meine Taktik hier. Und dazu macht es jetzt keinen Unterschied, ob der hier ein Feld zurück ist oder ein Feld da. Ja, kriegt Moschen in dem Fall hier Perfect Defense, sind die hier alle gedeckt und du kannst dir eigentlich keinen einzigen Block mehr gönnen. Weil er den Stärkevorteil hat und er kann dich so zustellen, dass du eigentlich keinen vernünftigen Block mehr bekommst. Und das ist eigentlich nicht das, was man sich vorstellen will. Deswegen, kein Grund, die hier da vorne hinzustellen. Den Grund gäbe es aber, hier, und damit kommen wir jetzt zur Linie, denjenigen nach außen zu blocken, um noch einen zweiten Block zu haben. Und man kann quasi hier sogar ein bisschen greedy sein. Der erste Block von da nach da, der zweite Block von da nach da, der dritte Block von da nach da. Wenn das dann immer noch nicht ausreicht. Danach kann quasi der Minotaurus hier wunderbar das Biest vor sich her schieben, immer mit schönen Unterstützung dahin. Du kannst aber auch einfach sagen, okay, ich möchte lieber mit dem Minotaurus einen Dreiwürfelblock machen und dafür diesen Rotter nehmen. Aber ich glaube, ich wäre auch aufs Biest gegangen. Wenn das Biest liegt, ist das schon sehr gut. Und mit Frenzy hat man sogar die Möglichkeit, das Biest danach alleine stehen zu lassen, sodass er auf jeden Fall einen seiner wichtigen Spieler nach vorne stellen muss. Und das hätte ich hier an der Stelle versucht. Nämlich, auf jeden Fall versucht ihn hier, wenn es nun schieben ist, möglichst weit weg zu schieben. Denn die fünf Leute tun das schon hier. Und das Biest einfach hinterher und irgendwo hinstellen, wo der Rotter nicht liegt, nach Möglichkeit. Vielleicht ist das ja möglich. So. Gucken wir mal das nächste hier. Der hat Guard, deswegen ist der Block schon drin. Aber auch da wäre das wieder ein Schieben, hättest du dir den zweiten Block einfach verschenkt. So. Hier greift wieder die Foul Appearance. Das ist eigentlich der Vorteil der Nurgle. Aber ich muss schon sagen, in diesem Spiel ist das schon ein bisschen häufig die Foul Appearance. Da müssen wir es wieder umstellen. Ich habe zwischendurch nochmal eben ein Bild gemacht, deswegen, damit ihr auch ein schönes Thumbnail bekommt, deswegen war es wieder eingestellt. Ich hatte nochmal ein bisschen zurückgespult in der ersten Halbzeit und habe nochmal ein paar Bilder gemacht, bevor ich jetzt hier mit der zweiten angefangen habe, das zu kommentieren. So. Das hier ist grundsätzlich ganz gut, das so eingekesselt zu haben. Hier ist noch ein Einwürfelblock für den. Denn die Ballaufnahme hat geklappt. Wir sehen das hier. Mit dem Charakter ist das auf die 4+. Und er hat hier auch Schurhens. Also ich finde das auch nicht schlimm, ihn hier jetzt als Ballträger zu haben. Das ist schon ganz in Ordnung. So. Hier ist eine lose Raumverteidigung. Ja, so weit nach vorne musste er eigentlich nicht. Aber gut. Das ist erstmal. Und genau das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das Problem ist, dass die erste Reihe von der zweiten getrennt ist. Und dass er hier schon sehr viel Vorwärtsprogress hat. Was ich im Moment hier ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Zwerg hier so ein bisschen alleingelassen wird. Der wird jetzt im nächsten Zug abgekanzelt werden. Und damit ist er hier schon mal, ja, daneben. So. Und wir sehen schon wieder Foul Appearance Brocken. Also ist schon krass. Also, genau. Das Biest wegschieben. Sehr gut. Dann muss er es halt zumindest bewegen. Ja, hier auch schön die geschobenen Leute. Aber da hätte man durchaus auch hier mal nachgehen können. Also kein Thema. Was würde ich am Moschenstelle jetzt machen? Ja, Defensive aufbauen. 1, 2. 1. Er hat den Minotaurus. Aber der Minotaurus kommt bis dahin eigentlich nicht hin. Der müsste hier 1, 2, 3. Nee. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Deswegen vielleicht auch den Minotaurus irgendwo mit in den Angriff mit rein, um immer irgendwie mit Frenzy zumindest die Surfbedrohung zu stellen. Ja, Verteidigung stellt man meistens so. 1, 2 hier hin. Oder wenn man Frenzy Gefahr läuft, einen da hin und hier nochmal 2. Und dann fängt man hier an mit der nächsten Schrägaufstellung. Immer so. Das reicht eigentlich aus. Aber deswegen, du hast hier sehr viel Raum abgegeben. Deswegen bist du jetzt hier schon eigentlich sehr in die Defensive gezwungen. Und Commander hat 8 Züge Zeit, das Ganze auch zu machen. Den Touchdown. So, hier kommt jetzt der Seitenwechsel. Der Seitenwechsel ist eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Also, wenn ein Seitenwechsel kommt, müssen die Leute hier auf der Seite gebunden werden. Das sehe ich jetzt eigentlich im Moment nicht, dass das ist. Aber, okay, kommt jetzt die Ballübergabe und hier hinten der Lauf darüber. Aber da stehen hier hinten ja schon schön noch die, oder zumindest der Pestigor kommt überall hin. Und der hier kann zumindest bis in die Mitte. Also, Moschen hat schon sehr auf diese Seite verlagert. Aber die Chaoszwerge sind jetzt auch nicht so schnell, dass sie das ausnutzen können. Aber gut, du entscheidest dich jetzt dafür, da zurückzugehen. Die andere Variante wäre gewesen, sich versuchen, hier kompakt durchzumoschen. Äh, er hat doch noch Bewegungsfelder übergehabt, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, nein. Okay, das wäre sogar ein Go for it gewesen. Okay. Ja, da kommt jetzt der sichere Käfig. Alles klar. Hier vorne fehlt mir jetzt aber irgendwie noch ein Zwerg. Also, der hier kann doch mit Sicherheit 1, 2, 3, ja. Also hier, wenn du nach hier vorne angreifen willst, müssen auf jeden Fall hier eigentlich noch Spieler hin, die dann das hier so abdecken. Hm, ja. Und hier der Hopgoblin, der wurde wieder zum Blocken freigegeben. Vielleicht überlebt das dieses Mal nicht. Noch, ja. Also genau wie auf der einen Seite das Unglück ist, ähm, kein Foul-Appearance zu kriegen, kommt auf der anderen Seite, dass hier die Rüstung 7 Targets einfach stehen bleiben. Ja. Müssten meine Waldelfen sein. Die halten im Moment nicht so viel aus wie diese Hopgoblins hier. Hier wird geblitzt. Wer wird denn geblitzt? Warum wird er denn geblitzt? Und nicht der Hopgoblin. Okay. Und da ist dann noch ein Rotterblock auf diesen Jüngling hier. Drei-Würfel-Block mit 1, 2, genau. Ja, das hat nicht geklappt, also darf der Rotter, der dann danach stirbt. Sehr schön. Ja. Nein, das war auch wieder ein bisschen Pech, aber genauso wie die 1 bei der Foul-Appearance ist es jetzt hier bei Really Stupid. Also auf die Big Guys ist nicht so richtig verlass in diesem Spiel hier scheinbar. Okay, aber für Commander, du bist hier jetzt rübergegangen, Moschen hat seinen Blitz dazu verwendet, hier auf deinen Ballträger zu gehen und irgendwie dann auch nur halbrichtig auf den Ballträger zu gehen. Das heißt, ich würde jetzt einfach dem Plan folgen, hier rüber gehen. Allerdings bleiben dir hier ein paar Leute auf der Strecke, die hier schön eingebaut sind. Also, obwohl er hier hat zumindest einen 1 zu 1 Block, nachdem er aufgestanden ist. Also, ja, das ist schon, also er muss auf jeden Fall ihn hier 1 zu 1 Blocken, das hilft alles nichts. Ja, hier ist so ein bisschen eingebaut da, aber, ja, hier binden drei Spieler vier vom Nurgle und dann sind es halt zwei Warrior und zwei Pestigore. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht, das ist ein ganz guter Tausch. Und dann kann jetzt hier rübergegangen werden. Ja. Genau, warum nicht noch weiter? Die hier können doch nach vorne durch. Das ist irgendwie zu wenig. Du hast hier drei, vier, die hätten hier schon einen Käfig bauen können. So, da kommt ein K.O. auf den wichtigsten Spieler von Moschen. Deswegen, ja, ich hätte ihn, glaube ich, auch maximal genommen, um jetzt hier hinten das hintere Feld abzudecken und nicht ihn hier so rein zu blitzen. Weil er ist wirklich eigentlich der Spieler, der immer beschützt werden sollte und nur in zweiter Reihe zu finden sein sollte. Aber die anderen beiden Pestigore sind hier gebunden. Aber deswegen, ja, ich muss mich korrigieren. Die, der Seitenwechsel war gut. Und, ähm, auch der Block hier war gut. Gut, also, das ist alles vernünftig. So, jetzt kann er hier mit dem Minotaurus diesen Spieler hier vor sich herschieben und das, äh, Biest quasi da wegschieben. Das ist... Oh, da progt schon wieder Foul Appearance. Das ist ja unglaublich. Abstoßen des Äußeres heißt Foul Appearance, falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt. Also, jeder Spieler, der einen Spieler mit diesem Skill blocken will, muss einen sechsseitigen Würfel würfeln. Und bei der Eins, äh, findet der Spieler den Gegner so abstoßend, dass er keine Lust mehr hat aufs Blocken. Und, ähm, das sehen wir hier. Also, es wird dauerhaft die Eins gewürfelt bei dem, äh, Foul Appearance Wurf. Also, es ist schon sehr, sehr verrückt. So, da der Blitz. Ja, die hier drüben liegen jetzt alle. Aber sie sind noch frei beweglich. Ja, also, da drüben das befreit. Hier jetzt die Defensive aufgezogen. Das Biest ist schon mal wieder dumm gewesen. Mal grad gucken hier, das hab ich grad verpasst. Ja, ist schon wieder dumm gewesen. Hier, da. Also, Foul Appearance und Dummheit machen die Einsen aus hier. Unglaublich. Da hat der Mino schon seinen Blockwurf geschafft und dann sowas. Naja. Okay. So, wie sieht die Variante jetzt aus, die man jetzt hier fahren kann? Also, er hier hinten ist leider gestunnt. Äh, dieses Turn 12 hier drin. Ähm, ähm, er ist auch gebunden. Das heißt, der Ballträger hier ist der Einzige, der frei ist. Ähm, er. Er hier kann ihn wegblitzen. Eins, das Biest gibt keine Unterstützung. Genau. Eins, zwei, drei. Bis nach da. Oder vielleicht eins, zack. Ne, nach da hin. Genau. Dann kann er hier hinterherkommen und da den Block geben. Also, das ist eigentlich ganz gut. Die Defensive ist so gesehen derzeit nicht mehr vorhanden. Das heißt, hier, er muss geschoben werden. Das, äh, reicht damit aus. Du kannst auch, sag ich mal, ihn hier quasi dahin schieben. Und danach hast du hier eine, eine, eine Reihe, wo du durchlaufen kannst. Also, wenn er weg ist und er weg ist, kannst du hier quasi ein Cage bauen. Und das würde ich an der Stelle machen. Die hier wieder aufstehen. Die drei, die binden da schon ganz gut, die Spieler. Und dann hier einfach ein, ein Cage bauen, äh, mit den Leuten, die da sind. Also, er hier, dort Strauß, wer, er wird geblockt. Er wird geblockt, ähm, wir müssen mal gucken, wen können wir blitzen. Ich glaube, ich würde mit dem Zwerg hier ihn blitzen und dann gucken, wo hier noch wer zur Verfügung steht. Ja, genau. Erst mal aufstehen, erst die sicheren Züge. Dann kommt der Block hier mit Block Mighty Blow auf ihn und nicht der mit dem, okay. Oder das wird jetzt der Blitz. Okay, dadurch, dass er down geht, kannst du nachgehen, ist eigentlich egal. Und K.O. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Na gut. Alles klar. Und jetzt kann man hier, guck mal. Also, er stand hier. Blitz 1. 1, 2, 3, 4, 5. Er hier kann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach da, dann hast du die beiden Cage Corner. Er hier kann 1, 2, 3, 4. Ist da die Cage Corner. Und er hier kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die, äh, ne, 8 wären das, mit 2 Go-For-It die Seite da geben. Also, es wären schon eine Menge Go-For-It gewesen. Ja, richtig. Aber, ich glaube, das Risiko wäre ich eingegangen, um dann hier hin zu gehen. Ja. Auf der anderen Seite können die wirklich umlaufen werden. Eher nicht, denke ich. Ja, man kann auch kompakt vorgehen. Aber hier hast du dir gerade einen, äh, Blitz auf den Ballträger gestellt. Nämlich folgendermaßen. Hier rausdotschen, 3+, da rein, Blitz. Ist nur ein Half-Die, würde ich trotzdem machen. Weil viel mehr kann Motion halt auch in der Situation nicht machen. Das ist so das Problem. Oder er macht sogar folgendes. Er stellt ihn hier auf. Und hat dann ein paar 1 zu 1 Blocks. Nämlich einmal mit dem Biest ihn hier weg. Dann mit ihm hier ihn hier weg. Wenn er ein Down ist, kann er hier nachgehen quasi. Und hat dann immer noch den Blitz über. So, das ist nur aktiviert, das Biest. Er wollte es endlich mal. Warum wird hier auf diese Spiele eingedroschen? Die Action geht hier drüben ab. Also das ist quasi nicht mehr gegen den Verteidigen. Also, das war doch auch schon vorher. Ne, war ein Einwürfelblock. Okay, aber. Und jetzt nicht nachgehen, weil es nur ein Schieben war. Okay. Gut. Alles klar. Und jetzt steht der Ballträger zumindest, äh, gedeckt. Ja. Er kann auch nicht rausdodgen. Und da ist schon wieder ein Blitz. Und da steht schon wieder er gegen ihn. Ja, das ist so ein bisschen Hoffen auf das glückliche Pau. So, und jetzt kann er da durch. Okay. So, auch noch mal was anderes. Würde dieser Spieler zum Beispiel dastehen, könntest du in zwei Runden weiterhin noch einen Touchdown machen. Und er hier kann nicht rausdodgen. Weil er ihn hier nur, er kann entweder ihn hier blocken, aber dann macht er gar nichts mehr. Und diese Spieler hier sind eigentlich ganz gut gefangen. Also er hier hätte auch nicht nach da dodgen können. Also er hätte hier rausdodgen müssen. Also das wäre schon alles ein bisschen unwahrscheinlich gewesen. Also ich glaube, hier wäre insgesamt die sichere Position gewesen. Weil das hier wäre Bewegung 4, 5, 6. Da hätte er zwei Go-For-It's für den Einwürfelblitz machen müssen. Und hier hätte er dann 4 plus Dodge. Also das ist sowieso 4 plus Dodge, zwei Go-For-It's, um da hinzukommen. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Deswegen, ich wäre glaube ich einfach da gestanden. Und dann hättest du hier drei Go-For-It's auch im nächsten Zug den Touchdown machen können. Da steht er jetzt aber relativ allein gelassen. Aber, ja, es ist jetzt ein bisschen die Frage. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also er muss doch schon die Go-For-It's alle mitnehmen, damit er jetzt quasi ein 3 plus Dodge, zwei Go-For-It's hat. Okay. Ja, aber gut. Weg frei geprügelt. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Das ist halt einfach nur, ich glaube ich hätte das an der Stelle versucht einfach ein bisschen sicherer zu stellen. Weil das hier ist irgendwie, er ist ja noch blitzbar, sogar mit Klaue. Ja, und natürlich wird das auch versucht, ist auch das Richtige. Achso, hier wird jetzt noch ausgestallt. Okay. Und noch ein bisschen geprügelt. Ja, ich glaube ich hätte das an der Stelle auch gemacht. Du hättest jetzt den Touchdown machen können. Aber im Endeffekt sind nur zwei Nörgle draußen. Die sind beide K.O. Das heißt, die können auch wieder aufstehen. Das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Ja, okay. So, hier sehen wir eine Injury auf dem wichtigsten Spieler, aber... Ai, auai, auai. Ja gut, war halt der Mighty-Blow-Spieler, aber trotzdem. Wir sehen hier eine 9 und eine 11, die dafür gewürfelt wurden. Ja gut. Läuft. Da ist die 1 auch wieder auf der anderen Seite. Was bei den Elfen die 1 beim Dodge ist, ist, glaube ich, hier irgendwie... ...für den Big Guy. Also hier lässt sich gerade wenig zur Taktik sagen, weil ab jetzt ist es quasi ein... Äh... Ich will dich kloppen und lässt du mich kloppen? Ja, okay. Ich habe dir hier wieder Rüstung 7 hingestellt. Dann bring mich doch bitte jetzt um. Ähm... Da kam der Blitz und er läuft jetzt quasi so weit, wie er kann, um ihn da hinten jetzt zum Touchdown zu zwingen. Alles gut. Ja. Viel machen braucht man schon nicht. Die Frage ist einfach nur, ist das Unentschieden ihm genug oder nicht? Ja. Ja. Genau. Hier ist halt, äh... Die Sache mit den Rerolls. Ähm... Hier waren noch 3 Rerolls da. Ähm... Es waren noch 3 Züge zu spielen. Da kann man auch einfach mal sagen, ich nehme den Reroll auch auf den Big Guy. Aber, okay, Mighty Blow gegen Rüstung 7 war das, ne? Ja, genau. Ach, es stand wieder Rüstung 7 am Mighty Blower. Hm. Ja. Da kommt das Pau. Das Biest ist jetzt auch alleine gelassen. Deswegen, was war eben auch ein 4+. So, und jetzt kommt hier der Blitz Richtung Außenlinie. Genau. Ich hätte den Mino auch genommen an der Stelle. Um gucken, ob er sich bewegt. Hm. Das war jetzt eigentlich nicht notwendig. Ich glaube, ich hätte ihn hier in die Außenlinie gedrückt. Jetzt, äh... Gibst du ihm quasi die Möglichkeit, hier wieder rauszudutschen. Wenn er da gelegen hätte, wäre das nicht der Fall gewesen. Und so kannst du eigentlich auch noch eine weitere Runde stallen. Ja, 1 zu 1 Blocks mit Blocks kann man durchaus machen. Hier sind noch weitere. Warum, ähm... Ja, der hier. Auf den Rotter. Das ist doch gut. Der hat keinen Block. Du hast Block. Hier hast du sogar auch einen 1 zu 1 Block mit Block. Jetzt kann er hier wieder, wenn er sich ranstellt, schon wieder deinen, äh... Hopgoblin bumsen. Hm. Ja, da kommt die Unterstützung fürs Biest. Genau. Jetzt hat er hier wieder einen 2-Würfel-Block da drauf. Und ich weiß nicht, ob Moschen jetzt einfach mit ihm blitzt. Auf ihn. War das der Plan? Ja. Und da hätte ich jetzt doch wieder den Reroll für genommen, weil... Mann, die werden ja nicht besser. Ja. Das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen Würfel-Pech hier, aber na gut, okay. Das ist halt, wenn man so ein bisschen sich gegenseitig rumbled. So. Und ja, ich hätte auch sofort den Touchdown gemacht, weil das Unentschieden soll auf gar keinen Fall durch irgendeinen Block verhindert werden. Ja. Sehr schön. Da tanzen wieder die Menschen-Cheerleader für die Chaos-Zwerge. Unglaublich, was die so alles können. So. One-Turn-Touchdown. Alle Chaos stehen wieder auf. Immerhin. So. Und jetzt One-Turn-Touchdown-Defensive. Bring deine Leute in Sicherheit und stell vorne drei Chaos-Zwergen-Blocker hin. Weil alles andere ist eigentlich Unsinn, weil auch wenn Moschen hier Rüstung 7 hat, bring deine Leute in Sicherheit und die Leute sind nicht hier in Sicherheit. Er hat Klaue. Die Leute sind hier in Sicherheit. Da. Deswegen, das hier würde ich nicht so tun. Weiß nicht, hoffst du noch auf den... Ne, nichts. Sowohl der Riot als auch der Blitz bringt da jetzt eigentlich nichts mehr. Ja. Wenn es sich jetzt hier um direkten Mitkonkurrenten handelt, würde ich einfach nach Möglichkeit mit Klaue versuchen, ihn hier zu blitzen. Vorne schön die Linie, möglichst viele Blocks mitnehmen und danach schön mit Klaue auf den Bulls hin tauchen. Das Biest ist alleine, das braucht Unterstützung, genau. Und das kann man, glaube ich, auch gleich zu Anfang stellen, weil das ist doch egal, ob das Biest da oder da steht. Wenn es da gestanden hätte, hätte es jetzt keine Unterstützung gebraucht. Gut, so kriegt es jetzt einen Drei-Würfel-Block. Alles gut, aber... Und nochmal auf den Hop-Goblin. Also es handelt sich nicht um einen Mitkonkurrenten, sondern es ist um eine SSP-Farm. Leider wird das nichts mit dem SSP-Farm. So, hier. Unglaublich. Da haben wir einen Nurgle-Warrior-Pass gesehen. Ole, ole. Ja, so sah das Ganze aus für die Freunde der Statistiken. Wir haben insgesamt hier sehr viel Ballbesitz bei den Chaos-Zwergen gesehen. Das lag auch daran, dass Moschen eigentlich den Ball größtenteils am Boden hatte in seiner Angriffshälfte und, ja, nicht mit Glück, sondern mit ein bisschen Stellungsfehlern von Commander, die den Touchdown gemacht hat. Ja, hier sehen wir nochmal die zweite Seite. Also, was auf der einen Seite die Injuries waren, weil ich muss schon sagen, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass Nurgle so verprügelt wird. Aber, äh, was heißt nur verprügelt? Wir sehen hier drei K.O.s, zwei Injuries. Es ist schon okay. Sie haben auch Rüstung 8. Mit Mighty Blow ist das auch schon wahrscheinlich, dass da was passiert. Aber dieses ganze Foul-Appearance, das war schon krass. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat das insgesamt hier was gebracht. Und, äh, ja, freue mich über Kommentare. Wenn anderen noch was aufgefallen ist, schreibt es einfach. Die beiden werden sich mit Sicherheit drüber freuen. Bis dahin, euer Jagol.